Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man sein Zimmer richtig aufräumt. Let's go! Let's do this shit right now! Uh! Damn! Weißt du, wenn ich das wieder seh? Wenn ich das seh, Digga, dann könnte ich kotzen. So, als allererstes muss man sich in das Aufräumen-Modus hineinversetzen. Let's go! So, wenn man das gemacht hat, dann muss man alle Sachen, die am Boden liegen, zuerst mal in die richtige Schublade versorgen. Das Video ist eine Minute lang. Das Video ist eine Minute lang. Wie konnte es jetzt so eskalieren? So, wenn ihr jetzt alles auf dem Boden richtig aufgehoben und in die richtige Schublade versorgt habt, dann können wir anfangen, den Boden staub zu saugen. So, was ihr dafür braucht, ist den Staubsauger. Und alles, was ihr macht, ist das hier. Alles, was ihr vom Staubsauger braucht, ist dieses Teil hier. Die anderen Sachen könnt ihr auf die Seite legen. Um den Boden sauber zu kriegen, macht ihr einfach jetzt das hier. Und wie ihr seht, ist der Boden schon blanke Blitz. Fühl ich falsch. So, da der Boden jetzt auch sauber ist, sind wir jetzt zum zweitletzten Schritt angekommen. Was ihr jetzt macht, ist einfach das klassische Abstauben. Bro, what the fuck is you doing, boy? So, nun sind wir auch schon fast fertig. Bleibt nur noch der letzte Schritt, das Mikroabstauben. Diese kleinen Staubpartikel lösen Fußbeschwerden aus, schwere Losigkeit. Wie man sie entfernt, zeige ich euch jetzt. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne eine Bewertung dalassen. Verpiss dich! Bleibt gesund und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt... Ich dachte, was war das, was war das, was war das, was war das?